Hallo und herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einem neuen Editor-Tutorial. Nun ja, wobei Editor-Tutorial ist schon fast zu viel gesagt. Warum? Einfach ganz klar, weil wir uns hier eher ein Skript-Tutorial anschauen. Was schauen wir uns für ein Skript-Tutorial an? Ein Ausrüstungsskript. Ihr habt es euch gewünscht, ihr wolltet das Ganze mal sehen und wie ich das Ganze bearbeite, beziehungsweise wie so ein Skript überhaupt aussieht. Nun ja, das Video wird in zwei Teile gesplittet. Zum einen das erste, wo ich das Skript an und für sich erkläre, wie ihr hier seht, anhand des Beispiel-Skriptes. Und das zweite, wo wir dann anhand eines Skriptes ein weiteres entwerfen, beziehungsweise wir fangen dann von vorne nochmal an komplett bei einem anderen und entwerfen eine Mörser-Klasse. Das hier ist jetzt eine normale Schützenklasse, was ihr seht. Jetzt seht ihr wahrscheinlich ganz viele Befehle, wo ihr nur Bahnhof versteht. Im Vorwort möchte ich sagen, vielen Dank an BA und System, die mir immer damals tatkräftig geholfen haben bei den Skripten, bis ich bei der ganzen Sache durchgeschnittet bin. Warum? Was? Wie? Ist das hat auch ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es endlich soweit und deswegen kann ich euch das Ganze auch in aller Ruhe erklären und hoffe, werde euch das Wissen, was ich habe, persönlich auch bestmöglich weitervermitteln. In den ersten Zeilen 1 bis 6, deswegen habe ich das auch hier mit Notepad++ gemacht, ich empfehle euch für Skripte definitiv dieses Programm mit der SQL-Verweiterung von Armaholic. Dieser Links werde ich auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung packen, damit es auch alles für euch passt. Nun ja, in dem Video werde ich gar nicht so viel schneiden müssen, sondern eher viel reden müssen, denn alles, was ich einblenden will, ist hier in dem Fall schon vorgegeben. Das wird im zweiten Video dann anders sein. Nun ja, in den ersten Zeilen 1 bis 6 in diesem Fall werden wir erstmal den Soldaten komplett nackig machen oder auch komplett gesagt komplett leeren. Hier seht ihr also das Ganze schon, wir removen die Waffen, wir removen alle angelegten Items, deswegen Assigned Items, das Headgear, den Backpack, die Weste und die Uniform. Denn im Endeffekt wollen wir ein blankes Skript entwerfen, was wir für uns nutzen können. Schlaue Leute würden jetzt sagen, hey, ich könnte ja auch das Arsenal von Armah nehmen. Ja, das ist richtig, das ist nur nicht immer ganz so übersichtlich, wie jetzt, wenn ihr das so macht. Das ist eher ein bisschen unübersichtiger meiner Meinung nach und immerhin ist es auch was anderes, wenn man das Skript selbst schreibt oder ob man es sich einfach, einfach macht. Und hier hat man noch so ein bisschen dieses Erfolgserlebnis, wenn man das Ding einmal fertig hat. Deswegen gehen wir das Ganze auch in aller Ruhe durch. Also schauen wir uns die nächsten Fehler an von der Zeile 9 bis 17. Was ist das Ganze? Nun ja, wie ihr euch schon denken könnt, hier fügen wir den Spieler hier Waffen bzw. Items hinzu. Das klassische Item Map, die Item Watch, den Kompass, das GPS, den Helm, die Uniform, die Brille und alles was dazu gehört. Die Uniform kommt noch, entschuldigt bitte, das war mein Fehler, das kommt gleich noch, das kommt dann weiter unten. Aber die ganzen Sachen, die wir den Soldaten erstmal grundlegend zuweisen wollen. Das heißt so hier, wie gesagt, das Item GPS, das ich euch empfehle, jeden Soldaten zuzuweisen. Jetzt könnte man sagen, jo, man braucht es ja nicht unbedingt, ist richtig. Aber es ist doch schon schöner, wenn man es hat. Ihr seht ja auch so ein bisschen raus, das ist ein ganzes Skript, was wir für Mods benutzen. Das ist alles natürlich in Klassiken nicht vorhanden, sondern das, wie ihr seht schon hier, arbeiten wir mit CSE. Dazu habe ich auch mal ein Tutorial gemacht, was ihr sicherlich wisst. Nun ja, Item Map, beziehungsweise ist ganz klar die Karte an und für sich, die Item Watch ist die normale Uhrzeit. Der Kompass ist der Kompass, werdet das gedacht. Dann haben wir den Helm, dann haben wir die Brille, dann haben wir den Rangefinder, also quasi das Videocolar quasi und natürlich das Nachtsichtgerät. Einzeile darunter seht ihr jetzt so schön, dass wir den Spieler ein Backpack hinzufügen. Gleich vorweg gesagt, die Reihenfolge ist sehr wichtig. Das heißt erst das Backpack, dann die Weste, dann die Uniform. Das ist die korrekte Reihenfolge, wie ihr arbeiten müsst, anders ist falsch rum. Wenn ihr nämlich erst die Uniform, dann die Weste und das Backpack macht oder ganz gemischt, kann es ganz schnell dazu führen, dass es zu Problemen kommt. Als bestes Beispiel ist dafür Handgranaten. Es kann schnell dazu führen, dass wir Handgranaten nicht auswählen können, beziehungsweise man tut sie in das Inventar rein, aber man kann sie über das Menü nicht auswählen, sondern muss sie erst einmal auf den Boden legen, um sie dann wieder neu aufzulegen. Also ihr seht, solche Kleinigkeiten sind wichtig, vor allen Dingen, wenn dann, wenn euer Skript perfekt funktionieren soll. Dann ist das Ganze vor allen Dingen sehr, sehr wichtig. Dann habt ihr noch den Punkt, das ist ganz wichtig, da ihr das Backpack hinzufügt, wie ihr seht, dieses Carry Wall haben wir hier hinzugefügt, ist es wichtig, dass ihr das Backpack nochmal leert. Das beste Beispiel ist das Medikit, beziehungsweise das Sanitäter-Backpack, wo immer noch ein paar Sunny-Materialien, beziehungsweise die First-Aid-Kids drin sind. Ihr aber selbst wollt ja ein Skript vollkommen leer entwerfen und einen Rucksack komplett nach euren Wünschen befüllen. Also ist es hier wichtig, dass ihr definitiv die Sachen erst leert. Deswegen also erst das Backpack und dann mit Clear-Item-Cargo-Global, Clear-Magazine-Cargo-Global und Clear-Weapon-Cargo-Global den Rucksack erstmal entleeren. Wichtig ist auch hier, dass ihr das Wort Player immer wieder erwähnt, wie ihr das seht, hier kommt das Wort Player immer wieder in der ganzen Reihe vor. Und auch hier seht ihr, habe ich die ganzen Sachen in die Klammer getan, damit das Ganze ordentlich funktioniert. Dann habt ihr hier unten die ganzen Sachen, auch hier ist wieder das beste Beispiel, dass wir immer Backpack-Container genommen haben. Nicht Backpack, nur ins Backpack hinzufügen, sondern dass wir es wirklich hineintun wollen. Ihr seht ja auch das Beispiel, mit diesem Befehl haben wir immer wieder gearbeitet und kurz darauf auch den Player. Denn wir wollen ja unseren Skript zuweisen, wen ich das Ganze überhaupt zuweisen möchte. Das heißt, ich könnte jetzt auch sicher S1 reinschragen, da wird aber nur S1 immer diese Sachen bekommen. Und wir wollen das ja machen mit dem Add-Action-Befehl, das habe ich euch ja schon in einem anderen Video erklärt, dass das Skript quasi auf uns ausgeführt wird, derjenige, der zu dem hingeht, dass derjenige das Ganze auch bekommt. Das ist das, worauf wir hinarbeiten, worauf ihr hinarbeiten wollt und im Endeffekt für eure Gruppe ein schnelleres Ausrüsten zu ermöglichen. Warum ist so ein Ausrüstungskript überhaupt sinnvoll? Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz darauf hinein. Und zwar ist es allein schon deswegen sinnvoll, damit man sich eine ewig lange Ausrüstungszeit einfach erspart. Punkt. Das ist das, was schon mal wichtig ist. Denn es gibt ganz oft, wer kennt nicht die Situation, dass wir eine Dreiviertel bis Stunde in der Base waren, um erstmal uns auszurüsten. Das wird euch so gehen, das ist uns ganz oft so gegangen. Also haben wir uns gesagt, es muss eine Alternative her und dann haben wir Ausrüstungsskripte entworfen. Bei uns ist es aber so, dass jeder so seine eigenen Skripte entwirft und auch in der Insertion-C-Map stehen so teils eigene Ausrüstungsdinger da, beziehungsweise, nun ja, ich bin so einer, der fügt immer neue Waffen hinzu. Das heißt, ich mache erst alle Klassen fertig, dann fange ich eine neue an. Und die füge ich dann nach und nach auf der Insertion-C-Map zu, damit auch ein bisschen Abwechslung kommt. Bei uns ist es momentan so, dass wir bei der Bundeswehr die G3, die G36 haben und bei den Amis die MX und die M4. Also auch da könnt ihr ein bisschen Vielfalt walten lassen. Seid ein bisschen kreativ, stellt euren Soldaten so zusammen, wie ihr wollt. Das ist das, was wichtig ist und das ist das, was zählt im Endeffekt. Also gehen wir mal weiter. Nachdem wir den Backpack also befüllt haben, kommt ganz klar die Weste hier, ganz erkannt an, Blair at West. Also at West bedeutet nichts anderes, als wir fügen den Spieler eine Weste hinzu. Und auch hier seht ihr wieder das schöne Beispiel. Dass wir die Weste erstmal entleert haben, weil es könnte ja sein, dass dort noch etwas drin ist. Hier ist auch die Frage, die ihr euch stellen solltet. Versucht, das ganze Übersicht zu gestalten. Ich hatte es am Anfang so ganz oft, dass ich ja verschiedene Sachen gemacht habe. Hier ist das beste Beispiel. Hier habe ich irgendwie mit Ad Magazine Cargo gearbeitet. Und hier habe ich mit Ad Item Cargo gearbeitet. Das sind so Schlüchtigkeitsfehler, die nicht so die besten sind. Die solltet ihr ausmerzen, wenn ihr die Möglichkeit habt, damit auch alles passt. Das werde ich im Anschluss da noch machen. Also hier auch ein bisschen die Übersicht, dass ihr nicht zum Beispiel in dem Backpack dreimal dieselbe Spalte macht. Zum Beispiel jetzt das beste Beispiel. Wem das? Das habe ich zum Beispiel am Anfang gemacht. Jetzt wird gleich die erste, jetzt wird der liebe BA sagen, ja, das hast du genauso gemacht. Richtig. So, was führt dazu, dass ihr, wenn ihr eine Klasse ändern wollt, angenommen, wir nehmen das Beispiel, euer Clan, nehmt eine Mod raus. Das heißt, ihr müsst mehrere Zeilen löschen und wirklich genau schauen, wo ihr was drinstehen habt. Und da passiert es ganz schnell, dass man auch mal was übersieht. Deswegen alles am besten in eine Zeile packen. Und man sollte vielleicht auch hier erwähnen, mit diesem Skript kann man die Größe des Containers, beziehungsweise der Weste, der Uniform oder des Rucksackes ausreizen. Bedeutet also, wir können mehr reintun, als eigentlich reinpasst. Ja, also so, wir könnten jetzt zum Beispiel auch sagen, wir packen den 30 Medikits rein. Das würde auch funktionieren. Wenn er es ablegen würde, könnte er es halt nicht wieder aufnehmen, weil der Rucksack immer noch übervoll wäre. Das heißt, auch hier könnt ihr ein bisschen, wie sagen wir es denn mal, schummeln. Nennen wir es schummeln, denn das ist, glaube ich, das beste Beispiel, beziehungsweise der beste Begriff zu der ganzen Thematik. Also hier könnt ihr ein bisschen tricksen, um euren Soldaten mehr zu geben, als ihnen eigentlich zusteht. Gehen wir zurück zur Weste. Add West Container, auch hier seht ihr wieder das beste Beispiel, dass wir mit den Klammern arbeiten. Und auch hier wieder heißt es West Container und nicht Add West. Ja, also auch hier beachten, dass ihr diesen Befehl nehmt, damit alles reibungslos im Endeffekt funktioniert. Hier seht ihr auch als gutes Beispiel, dass wir die Weste nicht ganz so voll geklatscht haben, sondern lediglich noch Magazine reingesetzt haben. Wenn ihr Doppelklick draufklickt, das ist das schöne Notepad an der ganzen Thematik, seht ihr hier so schön, dass alle Teilen, wo wir diesen Namen markiert haben, grün markiert werden. Das ist eine ganz schöne Sache, vor allem wenn eure Ausrüstungsskripte oder auch spätere Skripte immer umfangreicher werden. Ob ich nun ein Skript-Tutorial mache, glaube ich eher weniger im Allgemeinen, denn da gibt es andere YouTuber, die sich damit einfach viel besser auskennen als ich. Wenn es um Sachen Skripte geht, bin ich eigentlich noch der volle Laie. Das wird sich vermutlich auch nicht ganz so schnell ändern. Haben wir also die Weste befüllt, kommen wir zu dem nächsten Paraiter und zwar kommen wir zu der Uniform. Der Uniform fügen wir die ganzen Sachen hinzu. Dasselbe Spiel eigentlich wie der Uniform-Container, wie ihr das so seht. Wir haben immer wieder diesen Player als Auswahl. Hier an dem Punkt seht ihr so ganz schön, dass wir wirklich sehr, sehr oft den Player haben. Also eigentlich in jeder Zeile, so wie es sich sein gehört, wie es sein muss. Also hier den Namen auf jeden Fall nicht vergessen, bitte ganz, ganz wichtig. Und hier fügen wir wieder diese einzelnen Sachen zu, die wir hinzufügen wollen. Auch hier sehen wir wieder das Beispiel, dass die Sachen grün markiert werden. Hier haben wir es zum Beispiel drin und hier haben wir es auch drin. Und ich empfehle euch, wenn ihr CSE arbeitet, orientiert euch bei den Soldaten ungefähr an den Werten. Das kann ich euch nur empfehlen. Das hat sich bei uns in der Praxis bewährt, dass ihr das dem Soldaten auf jeden Fall mitgeben solltet für das Sani-Material. Denn wenn eines knapp werden kann in CSE, dann ist es das Sani-Material. Das ist nur noch mal so am Rande. Das CSE-Tutorial habe ich übrigens auch nicht vergessen, das wird noch kommen. Aber momentan gibt es auch wieder ein Update und wieder ein Update. Deswegen möchte ich damit doch noch ein bisschen warten, weil einfach noch so viel hinzukommt, was die CSE-Module angeht, dass ich eigentlich aktuell sage, es lohnt sich noch gar nicht. Denn es gibt einfach noch so viel, was die machen wollen, die Jungs. Und ich müsste halt einfach bald schon wieder ein Tutorial machen. Haben wir also das Ganze hier erledigt mit der Uniform. Auch hier wird ihr den Container beachten, die Items-Befehle achten. Hier seht ihr aber schon das gute Beispiel. Hier sind die Befehle genauso, wie ihr sie im Editor eingibt. Nicht mit Backpack-Container oder so, sondern hier seht ihr die altbekannten Befehle. Add Item Cargo Global etc. pp. Hier habt ihr den Punkt Add Weapon. Jetzt sind wir runter. Genau, jetzt kommt es zu dem Punkt, wo wir die letzten Feinstiftanung für sich machen. Ja, das ist der Punkt, wo wir sagen, okay, wir fügen den Spieler Waffen hinzu, wir fügen den Spieler Optiken hinzu. Als bestes Beispiel hier, dass wir den die M4A1 gegeben haben mit der FHQ-Optik und den LCC-Pointer, also den Laser. Also hier fügt ihr jetzt quasi mit Premieretten ist der Befehl dazu, um Sachen bzw. Waffengegenstände etwas hinzuzufügen, damit diese Aufsätze gleich angebracht werden. Auch vielleicht für euch nochmal wichtig, damit ihr das Ganze nicht zuordnen müsst, sondern ja, damit das nach und nach kommt. Eins wollte ich euch noch ganz kurz zeigen. Ihr seht hier den Schalldämpfer, könnte man jetzt generell sagen, packt man immer hier hinten rein, damit unsere Skripte für Nacht und Tag gesammelt sind, haben meine Spieler alle ein Nachtsichtgerät und sie haben einen Schalldämpfer. Der Schalldämpfer ist aber immer in der Tasche bei mir. Ich empfehle euch das auch, weil sonst müssen die Leute ihn ständig abnehmen, wenn sie ohne Schalldämpfer spielen wollen. Und so ist er dabei für alle Fälle und Gewicht nimmt er nicht weg. Ich höre immer gerne die Leute sagen, ja, ich packe den raus, der nimmt zu viel Gewicht weg, der nimmt gar nichts weg. Also das ist Quatsch und den solltet ihr auf jeden Fall in die Tasche mittun. Wie ihr im Endeffekt die Ausrüstungsskripte gestaltet, die ganz in eurem Ermessen, ihr seid da im Endeffekt der Kreative, aber auf jeden Fall werdet ihr sehr viel Kritik bekommen. Darauf stelle ich euch ein, denn es wird immer einen jemanden geben, den das Skript nicht so passt, der lieber noch was anderes hätte. Aber da müsst ihr euch einfach denken, ich scheiße darauf und ja, macht was ihr wollt, ist mir eigentlich so ziemlich egal. Kommen wir zum nächsten Punkt, hier haben wir den Punkt, dass wir den Spielern nochmal ein Itemradio hinzufügen. Das hätten wir auch hier oben setzen können, sehe ich gerade. Das habe ich hier nicht gemacht, seht ihr auch einen Fehler von mir gesehen, das können wir also hier oben auch hinsetzen, damit das Ganze passt. Seht ihr das gute Beispiel dafür, an der ganzen Thematik. Und jetzt hat sich auch übrigens mein Headset gemeldet, dass das Headset gleich alle ist, so muss das ganze Thema sein. Und deswegen pausiere ich ganz kurz, einen Moment. Sind wir auch schon wieder zurück, bitte, ich möchte mich für die Verzögerung entschuldigen. Und zwar schauen wir uns weiter an. Hier haben wir den Spielern dann eine Pistole hinzugefügt. Im Endeffekt ist es ja auch für euch wichtig, dass eine zweite Waffe drin ist. Und was bietet sich da besser an als eine Pistole? Aber auch hier seht ihr, dass wir der Pistole hier in dem Fall nicht viele Magazine geschenkt haben. Hier noch ein bisschen mehr, aber im Endeffekt nutzt ihr die Pistole wahrscheinlich eher sekundär. Aber für alle Fälle solltet ihr ein paar Magazine mit dabei haben. Und das ist der Punkt, wenn man Platz sparen will, sollte man da vielleicht noch zwei, drei Magazine weniger einpacken. Ansonsten könnt ihr die Leute auch einfach auf den Boden werfen. Wo wir da wieder von der Performance sprechen, dann solltet ihr wieder was eingebaut haben, dass die Magazine nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden, damit die Performance nicht so schlimm wird. Weil wenn plötzlich 20 Leute ihre Ausrüstungskripte auspacken und alles auf den Boden werfen, nehmen wir die Feind des Bohr und kann es auch mal sein, dass die Performance etwas in den Boden geht. Deswegen auch da ein bisschen drauf achten. Ansonsten solltet ihr aber trotzdem immer ein paar Magazine mitherhalten. Da habe ich auch schon viel diskutiert mit Leuten. Ich bin da eher derjenige, der sagt, ja, lieber ein paar Magazine mehr, damit die Leute nicht meckern, anstatt zu wenig. Es ist wie bei einer guten Party, da will man ja auch lieber mehr haben als zu wenig. Gehen wir weiter, da kommen wir dem Punkt, dass wir sagen, der Spieler soll direkt mit der primären Waffe ausgerüstet werden. Das heißt, sobald dieses Ausrüstung ausgeführt wird, fängt er an, diese Befehle zu machen. Das heißt, im Endeffekt rüstet er jetzt hier ganz klar die Waffe aus am Ende. Und hier ist noch ein internes Skript, was wir nutzen für eine bestimmte Uniform, damit noch ein Symbol an unserer Uniform ist. Wichtig ist hier nochmal zu sagen, vergesst niemals die Silikonen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Sobald ihr jetzt die hier angenommenen Silikone vergesst, wird das Skript zwar laufen, aber nur bis hierhin. Ab hier wird das Skript dann nicht mehr laufen. Also auf jeden Fall aufpassen, dass ihr das Ganze dort bearbeitet, beziehungsweise, nun ja, damit das Ganze auch ordnungsgemäß funktioniert. Hier seid ihr jetzt einen ganz kurzen Sprung in dem ganzen System, weil ich ganz kurz noch was geschaut habe in einem anderen Ausrüstungsskript. Ja, also waren wir hier gerade zu, dass das Ganze, beziehungsweise, im Endeffekt geendet wird. Und das alles, beziehungsweise, das ist nochmal ein internes Skript, was wir benutzen für unsere Mod. Denn der liebe System setzt sich da manchmal hin. Wir haben auch eine interne Mod und so. Und macht immer mal wieder eine Kleinigkeit für uns. Das ist auch immer eine Sache für sich. Muss natürlich jeder Clan haben in dem Fall. Wir haben es in dem Fall. Sind da auch sehr dankbar, dass wir da zum Beispiel die tagistanische Miliz gesponsert bekommen von ihm. Und wir auch so noch mehr Item, beziehungsweise, Waffen, beziehungsweise eher Einheitenauswahl haben. Das ist also ganz interessant. Und ihr seht, das Skript ist eigentlich sehr selbsterklärend. Jetzt muss man dazu sagen, es ist Übungssache. Wenn ihr euch damit ein paar Stunden beschäftigt, das immer wieder macht, wird das ganze Skript zur Routine. Damit ihr das Ganze aber nochmal festigt, wird es ja noch ein zweites Video geben, wo ich das Ganze mal selbst aufbaue. Zusammen mit euch fangen wir dann quasi bei Null an, fangen alle Befehle an und erarbeiten uns ein eigenes Auslösungsskript, was ein Mörser-Team angeht, beziehungsweise einen Mörser-Trupp. Also das schauen wir uns dann mal in aller Ruhe an. In dem nächsten Video, wann das genau kommt, weiß ich nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Wenn nicht, lasse es einfach bleiben. Und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr, denn mittlerweile haben wir das und freue mich auf euch im nächsten Video. Haut rein, Leute. Bis bald, tschütteldi. Und ja, wenn ihr Fragen habt, fragt jederzeit bitte. Und es geht natürlich auch um Wünsche. Sollt ihr also Wünsche haben, jederzeit fragen. Bis bald, euer Martin. Haut rein.